Herz-Emojis und Wangenküsse. Oliver Pocher, 45, hat sich nach dem Eheaus mit Amira, 31, jetzt ziemlich vertraut mit einer anderen Frau gezeigt. Dabei handelt es sich um keine Unbekannte. Die brünette Beauty legt ihren Arm um Ollis Schultern und bringt ihr Gesicht dicht an das des Comedian. Dann verpasst sie dem noch Ehemann von Amira erst links, dann rechts ein Wangenküsschen. Olli erwidert die vertraute Geste, macht dann jedoch einen Schritt zurück und streicht sich demonstrativ mit den Händen übers Gesicht, offenbar, um nach der Haut-an-Haut-Tuch-Fühlung mutmaßliche Make-up-Reste zu entfernen. Sein Gegenüber scheint die schelmische Geste nicht zu stören. Im Gegenteil ist die Freude groß, denn es handelt sich um eine alte Bekannte von Olli, Verona Poot, 55. Olli, mein schwedisches Patenkind seit 15 Jahren, schwärmt die Werbeikone, die das Video der oben beschriebenen Szene selbst in einer Instagram-Story teilte, über ihren Promi-Kollegen. Zu der wohlwollenden Begrüßung mit Olli schreibt Verona, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Anders als die Liebe zwischen Olli und Amira, die spätestens seit der Trennung Ende August, dem gemeinsamen Podcast aus und den Gerüchten um eine mutmaßliche Affäre von Amira der Vergangenheit angehört. Olli hatte zuletzt mehrfach öffentlich gegen seine noch Gattin geschossen, war ihretwegen sogar live im TV ausgerastet. Die Fronten zwischen dem einstigen TV-Traumpaar sind verhärtet. Trotz alledem zeigte sich Olli bei seinem Treffen mit Verona, dass anlässlich ihrer Buchveröffentlichung und ihrem dreijährigen Jubiläum als Markenbotschafterin einer Skincare-Marke in einem Düsseldorfer Restaurant stattfand, in bester Partylaune. Untertitelung des ZDF für funk, 2017